Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect Wir können endlich mit dem Ding hier fahren Ich setze doch keine Halt hin Aber wir können fahren Gefahrenstufe 1 So Naja super Die Frames waren mir hier echt Laune weiter zu spielen Ich kann die Kamera ein bisschen anpassen Ich kann auch hier hin und Ich kann zoomen und So Jetzt riecht nur minimal auf was ich mache Ups Siehst du ja? Das war nur ich, gut Naja und ich kann irgendwie so Springen und so Das macht's voll Laune Ich guck mal ganz mal Ich kann so nicht weiterspielen Ob das nicht aufhört Na guck doch die Karte und zwar Ah ja gut ich kann nur bis zum Ende fahren Ja gut ich kann sonst gar nichts machen Einfach durchfahren Einfach durchfahren Vielleicht hat man zwischendurch mal angegriffen Wäre interessanter Wahrscheinlich Ich bin mal gespannt Ob das zu machen Was sind das überhaupt für Dinge hier die hier stehen Regeneratoren Keine Ahnung Huch Jetzt sollte ich eher auf dieser Sicht hier Sicht hier bleiben Oh Ups 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 Jungs 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 Das war Hallo Das war gar nicht meine Absicht Hallo Was soll das? Ich dachte ich kann einfach durchfahren Ups So Einfach weiter Tun als wäre gar nichts So So kann man sich tot fahren Ja ich kann man tot fahren Schön Ich hab damit echt nicht gerechnet Ich hab damit echt nicht gerechnet Moment halt Oh das war knapp Oh ich glaub wir sind noch nicht durch Ich glaub wir gehen drauf Oh oh Ist gar nicht gut Ich glaub unser Fahrzeug ist gleich am Arsch Oh das ist gar nicht gut 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 Die Reifen Alle fünf Von den sechsen Ah shit 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 Ich fahr mal hier Woah Nach hier drüben Nein Yay Ja reparier dich mal Ja nö lass dir Zeit Scheiß egal Weil wir können auch nicht aussteigen Oder so ein Blödsinn Muss ich überhaupt hin Die müssen hier schon richtig ne Jaja Gut Aber ich war das irgendwie Nicht darauf vorbereitet Was da eine Sperre ist Und überhaupt Und ich dachte irgendwie Wir sind Schlagkräftiger Wenn ich ehrlich bin So Da vorne ist dann Turum Müssen wir auf die Minimack achten Und da sind ganz viele So Die sind immer was vom Hirblatt Ich bin ein bisschen Scharfschütze So Zack Ich auch So Schön Das ist hier glaube ich Ein bisschen besser Jetzt ist der Schildanklang wieder auf Ich weiß es gar nicht So Dann müssen wir mal ein bisschen weiter Hab ich schon gesagt? Ja, hab ich schon gesagt, ne? Oh, das. Ups. So. Sehr schön. Hat funktioniert, wie ich wollte. Ups. Ich kann nicht mehr schießen. Ich wollte eigentlich das hier. Oh, wow, wow, wow. Das dunkle ist heil. Kann ich nicht aussteigen? Da liegt doch was. Willst du es mitnehmen? Das ist okay, kann ich es nicht mitnehmen? Willst du reparieren schon wieder? Hast du mich denn gedrückt? Aussteigen geht nicht? Ah, ich will aussteigen, Leute. Wieso kann ich nicht aussteigen? Ihr seid euch bescheuert. Will wieder aussteigen. Ich will das mitnehmen. Mann. Geh mal ohne das weiter. Bin ich überhaupt richtig? Ja. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Moment, einmal noch nicht durch den Stuhl und... Also, ja, gut. Ja, mir stimmt trotzdem wieder an. Ich kenne das doch. So. Hier haben wir noch die Perspektive hier. Solange wir nach vorne fahren, ist das okay. Bloß wenn wir ausweichen müssen, ist es irgendwie nicht ganz so geschickt. Aber ich glaube, ich werde nicht mehr so viel ausweichen. Also, ich werde versuchen, nicht mehr so viel ausweichen zu müssen. Aufgrund dessen, dass ich einfach... Ah, schön. Stufenaufstieg. Versuche, ähm... ...die Dinger auf der Entfernung auszuschalten, kann ich wenigstens... ...die Anstufenaufstieg kann ich machen. Ich werde tatsächlich nochmal auf Einschüchtern gehen, ja. Auch wenn es mich selber ein bisschen aufregt, dass ich nicht sturmgewehr werde. Guck, hier wird Präzisionsgewehr freigeschalten. Präzisionsgewehr. Ähm. Ja, ich mach das nochmal. Ich möchte unbedingt nächstes Mal die Option haben, meinen Willen durchzusetzen. Und wir arbeiten ja auch auf Abflügiger hin, deswegen gucken wir da ein bisschen, dass ich auf Einschüchterung gehen kann. Und... Huch, hab ich gar nicht gesehen. Ups. Ups, nicht getroffen. Ist nicht so cool. So, ist schön, oder? Autsch. Oh, den war auch noch getroffen. Egal. Ja, ist das gute Scherz, glaube ich, über den Turrets rum. Das wäre, glaube ich, ganz angenehm. Also mit der Sperre habe ich vorher echt nicht gerechnet. Die hatten wir ein bisschen... Die hatten wir ein bisschen fertig gemacht, muss ich zugeben. So. Turret, wo bist du? Da. So. Ne, so. Genau, diese Sicht hätte ich ganz gerne. Auch zum Gefühl. Da stehen wieder welche. Ich sehe sie nicht, aber die stehen bestimmt da. Hier aus dem Weg räumen? Nö. Und jetzt? Hier. Und jetzt? Wenn der nächste sagt, wie ich aussteige, ist alles okay. Ähm. Moment. Moment. Einstellungen, Steuerung. Äh, allgemein. Waffen. Kräfte. Befehle. Fahrzeug. Fahrzeug. Zurück zur Normandie. Was? Ähm. Aussteigen. Weiß nicht, wie wichtig die... Drücken wir kurz N. Nö. Also E tut nix. Ah. Q tut jetzt was. Hat am Anfang nicht funktioniert. Gibt es erst, wenn wir hier sind. So, so. Ich hab schon gesehen, dass da wir hier sind. Die bereiten wir uns doch schon mental vor. So. Kommt her, Jungs. Kommt her. Ja. Ja. Hallo. Was bist du denn? Ein Titan. Ja. Ist egal. Kaputt ist kaputt. So. Ich wollte gerade sagen, da oben steht doch ein Kugana. Die Kugana nicht töten. Die sind immer aus. Aussterben. So wie ich. Aber ich muss sagen, die Gesundheit sieht man aber auch echt schlecht. Wo starten wir denn? Sag mir bitte nicht, dass wir ganz am Anfang starten. Sag mir nicht, dass wir ganz am Anfang starten. Sag mir nicht, dass wir ganz am Anfang starten. Ich will bitte vor dem Eingang hier starten. Wir starten ganz am Anfang. Sogar noch vor dem Kampf. Ich bin ein wahrer Held. Das müsst ihr euch glaube ich nicht nochmal angucken. Ich überspringe das mal. So. Wie man sieht. Huch. Bin ich jetzt diesmal durchgekommen. Ohne mir auch nur einmal reparieren zu müssen. Und. Mist, wir verfallen. Auf eins habe ich vergessen. Ich habe an einer Stelle nämlich mal angehalten. Kurz. Bin ausgestiegen und habe was geholt. Allerdings werde ich, bevor ich da jetzt reinstürme. Moment. Draußen haben wir automatisch einen Helm auf. Und uns ist kalt. Alles ja cool. Sicher wie cool. Auch wenn man diese Helm-Animationen wählt. So. Einmal kurz speichern. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir wieder drauf gehen. Und jetzt nochmal machen müssen das Ganze. Ich bleib mal gerade hier stehen und schieße ein bisschen mit meinem schönen Scharfschützengewehr. Außerdem bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich kann mich, ich habe mich irgendwie dran glauben. um mich daran erinnern zu können. Dass ich dazu schon was freigeschalten habe. Was ich irgendwie jetzt nicht mehr habe. Wann habe ich das freigeschalten? Oh, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Vielleicht macht er schnell noch. Schild tust. Nicht. Nicht. Oh, shit. Oh, shit. So, ist es kaputt. Jawohl. Ich habe volles Leben, ja. Dass ich jetzt drauf gehe, dann macht er ohne Kills. So, jetzt macht er auf jeden Fall keine Kills mehr. Noch ein Kroganer. Dann heile ich mich halt doch nochmal kurz. So, hörst du jetzt auf? Nützt gar nichts. Was soll das denn? Dankeschön. So. Was haben wir denn schönes? Kannst du... Was macht das nochmal? Äh, technisch. Nee. Kommt, sonst haben wir nix. Er war drauf jetzt. Oh, oh. Nicht so. Nein, 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 nein. Nein. Oh. Ich kann kein Medi-Gel benutzen. Ich kann kein Medi-Gel benutzen. Und genau deswegen habe ich gespeichert. Das ist irgendwie peinlich. Ich bin beim Mass Effect noch nie gestorben beim zweiten Teil. Nicht einmal. Und ist hier schon das zweite oder dritte Mal? Ich weiß es gar nicht. Das ist echt peinlich. Ohne Witz. Aber ich muss sagen, bis jetzt hat mir der zweite Teil tatsächlich besser gefallen. Aber ich möchte dazu eigentlich gar nichts groß sagen. Darum geht es hier jetzt auch nicht. Eigentlich. Ja, schieß doch vorbei, du Idiot. Ich möchte dazu gar nichts sagen, eigentlich. Ich möchte dafür eine Schweigeminute. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Was mache ich denn falsch? Beziehungsweise warum mache ich hier nichts richtig? So, du hast das, du hast das. So, du hast das Sabotage. Und du ausmaligst hier Brandmunition rein, bitte. Was ist denn? Alter, verarsch mich! Was ist denn das? Was mache ich denn? Also, wenn es jetzt nicht läuft, ja? Das zeige ich dir. Wenn es jetzt nicht läuft, dann... ... muss ich das dann anders probieren. Ich bin zu müde, kann sein. So. Weg, lass uns die Raketen schießen. Lass dich ein bisschen Raketen schießen. Nur, jetzt ist gut mit Raketen. Der schießt so einen Raketen, der Sarg. Verarsch mich! Scheiß, die Rantanne. So. Du Dreckstheil. Ach, shit, ey. Wer trifft dich denn? Wer trifft mich denn? Wer trifft mich denn da durch? Was soll denn das? Ja, lass dich ruhig in die Rue abschießen. Ist scheißegal, ne? Leute, Leute, Leute. Was ist denn? Nichts in der Lage sind die. Also, mein Letztreiter. So. Muss ich gucken, ich kann jetzt so ausschalten. Hey, Uta spielt Space Engineers. Engineers, sorry. Oh, ne. Er ist... Was macht man da so spät überhaupt noch? Sollte er nicht langsam im Bett sein? Wobei die Frage ist, denn da sollte ich langsam im Bett sein? Wahrscheinlich schon. Ich grünen ab. Ganz jetzt will ich noch den... Verarsch mich, komm. Ich grünen ab. Jetzt hat der wieder Leben. Ich grünen ab. Jetzt treffe ich dich. Lass dir Zeit. Super. Dann ist ja gut. Also wir. Schön. Dann sag ich noch gleich noch mal... Ups. Und wieder einschalten. Ja, gut. Dann sag ich gleich noch mal speichern. Die Nummer 9. Einmal speichern. Ja, überschreiben. Und beende die nächste kurze Folge mit einem Moment. Medi-Gehl für Gareth. Dann speichern noch mal kurz schnell. So, gut ist. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dennne. Ciao. 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 Ciao.